Deutschlands größter Gasimporteur Juniper ist wegen der gestiegenen Gaspreise in Schieflage geraten. Jetzt steigt möglicherweise der Staat ein. Stefan Wolf an der Börse in Frankfurt. Was sind die Hintergründe? Nun, Juniper hat ja bereits am Montag bekannt gegeben, die Kreditlinie der staatlichen KfW-Bank ausgereizt zu haben. Nun soll diese Kreditlinie von 2 Milliarden auf 6 Milliarden verdreifacht werden. Außerdem soll dem Vernehmen nach der Start den Einstiegsplan mit bis zu 30 Prozent an Juniper übernehmen. Und das könnte eben auch dazu führen, dass dann es gelingen könnte, die gestiegenen Gaspreise an die Kunden weiterzureichen, auch wenn es sich da um langfristige Lieferverträge handeln sollte. Diese Aussicht elektrisiert die Aktionärinnen und Aktionäre von Juniper. Die Aktien sind bis zu 16 Prozent gestiegen heute. Und der deutsche Aktienindex, der ist ins Minus gerutscht. Der DAX verliert aktuell 28 Punkte auf 13.200 und 79 Punkte. Hintergrund hier ist die Unsicherheit bei der Gasversorgung. Danke, Stefan Wolf. Nach Frankfurt am Main. Mission weitgehend erfüllt. Danke an alle und hasta la vista, Baby. Mit diesen Worten hat Boris Johnson seine letzte Fragerunde als Premierminister im britischen Parlament beendet. Er zog dabei eine positive Bilanz seiner Amtszeit. Sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin soll bis Anfang September feststehen. Heute wird in London entschieden, wer von den drei übrig gebliebenen Bewerbern in die abschließende Stichwahl einzieht. Fragen wir nach bei Annette Dittert in London. Die Abstimmung ist gerade gelaufen. Wie ist das Ergebnis? Ja, es ist so gekommen, wie es viele hier erwartet haben. Rishi Sunak, der ehemalige Finanzminister Johnsons, der dessen politischen Sturz erst ins Rollen gebracht habe, ist als Favorit auf Platz 1 und auf Platz 2. Und das war der spannende Platz. Da ist jetzt Listruss gelandet. Die Außenministerin und die Frau, die gelobt hat, Johnsons Erbe fortzuführen, die auch heute schon in einer ersten Stellungnahme gesagt hat, sie wäre ready for day one. Also die glaubt, dass sie es wird und sehr zuversichtlich ist und die möglicherweise auch wirklich weiterkommen könnte. Ja, wie schätzen Sie das ein? Wer könnte das Rennen machen? Ja, wie gesagt, also Truss hat gute Chancen und zwar deshalb, weil sie vom rechten Flügel der Partei von der ERG sehr stark unterstützt wird, die sehr viel Macht haben in der Partei und aber auch deshalb, weil ja abgestimmt jetzt wird von der Tory-Basis. Also die Parteimitglieder, die stimmen jetzt ab und die tendieren dazu eben auch noch weiter recht zu sein als die Abgeordneten. Und Rishi Sunak, der ehemalige Finanzminister, der eben auch mit jetzt noch im Rennen ist, der gilt diesen Parteimitgliedern als zu links. Der ist auch eigentlich ein ziemlich rechter, libertärer Finanzminister gewesen. Aber in diesem Abgleich ist es, glaube ich, Stand heute sehr wahrscheinlich, dass Listruss das Rennen machen könnte. Wirklich wissen werden wir das aber erst am 5. September. Da wird dann das Wahlergebnis verkündet. Danke für die Einschätzung. Annette Dittert nach London.